Mein Vater hat gesagt, lass bloß die Finger von dem. Mama meinte, die kann bestimmt nicht kochen, der verhungert sich ja. Der hat doch bestimmt keinen richtigen Job, wovon wollt ihr denn dann leben? Und erst eure Kinder, die haben ja nur noch Vokale im Namen. Der lässt dich doch bestimmt sitzen. Nein, ich will nicht. Andere Seite. Das klappt nie. Von Unterschieden profitieren. Vom 14. bis 16. Februar 2013 auf dem Ökumenischen Kongress Kirchehoch 2 in Hannover. Tja, Unterschiede ziehen sich halt an.